Wie haben wir uns lange und intensiv mit dem neuen PRS-Konzept von Swissflex beschäftigt? Das bestehende Konzept, das bewährte Konzept, dort waren uns die Farben, zu grelles Rot waren es noch zu Rot. Das heißt, wir haben ein gedeckteres, ein zeitgemäßes Rot genommen in einer Kombination mit einem modernen, verspiegelten Logo, keinen Leuchtkasten mehr, auch das war uns nicht mehr zeitgemäß genug. Haben aber gleichzeitig in der Kombination mit Schwarz-Weiß-Fotos, die altenländische Schweizer Motive zeigen, es geschafft, dass der Konsument beim Betrachten das Gefühl von Innovation, von Neuheit hat und es gleichzeitig mit Tradition, mit Handwerk und mit Swissness verbindet. Das Besondere an der Marke Swissflex ist für mich, dass sich das System Swissflex auf den Körper einstellt und nicht der Körper sich auf das System einstellt. Das heißt, sie liegen drauf, ob sie 60 Kilo liegen, ob sie 100 Kilo liegen und sie schlafen gut. Guten Tag und herzlich willkommen hier in Köln bei Home Schlafen und Wohnen. Mein Name ist Laura Molidor, ich bin verantwortlich für die Marketingaktivitäten sowie aber auch im Verkauf tätig. Guten Tag, mein Name ist Dennis Molidor, ich bin Geschäftsführer seit 2006 bei Home Schlafen und Wohnen und bin zuständig für Köln und Recklinghausen. Alles, von A bis Z haben wir wirklich alles überholt. Es war an der Zeit, nach 17 Jahren nochmal alles zu verändern, was zu überdenken. Wir haben von der Außenfassade, von der Außenderstellung den Namen, wie Sie ja richtigerweise schon gesagt haben, geändert. Das setzt sich fort über den Internetauftritt, über das Briefpapier, über die Ansage am Telefon und im Geschäft sieht man es, denke ich, an allen Ecken, dass wir vom Boden bis zur Beleuchtung bis hin zu neuen Betten wirklich alles erneuert haben. Bis zum nächsten Mal. Meine, die zien sind wiriotat an. Untertitelung des ZDF, 2020